Irgendwie... und dann... Ist du ja... Oh lololol... Ich seh Gold... Viel Gold... So wie es aussieht ist viel Gold... Dann nimm es mit... Ja, ich muss erstmal hier wieder überleben... Oh, da ist schon ein Dudelchompviech... Ach, wenn... In der Not komm ich natürlich vorbei und nimm dir das Schwerhe Gold ab, aber... Ja, ja... Ich weiß nicht, wo es ist... Irgendwo bei dir halt... Ey... Nein! Mann! Dieses scheiß Dudelchompviech... Fresse echt, ey... Der scheiß lebt mich auf... Scheiß egal... Darf doch nicht wahr sein... Ich kann eine Hoffbombe... Hoffnhafte Granate... Oh, ein kaltes Bild aber nur... Hoffnhafte Granate... Alter... Das war jetzt... Für dich ist nicht ganz gut... Okay... Ja komm scheiß drauf... Solange ich... Nicht das böse N-Wort sagt... Das ist ja alles so genau... Nichts böse N-Wort... Ja... Ich mein... Ich mein selbst unsere Lehrer sagtest... Unsere... Ähm... Wie sag ich das... Ähm... Ach so... Ne, ne... Das nicht... Das wär... Das wär... Das wär... Das wär ein bisschen krass... Ja... Es geht... Alter... Ne, aber wir haben... Einfach... Ich sag jetzt mal... Ähm... Ich mein meine... Meine... Meine Kussings haben auch rote Haare... Ach ja... Das entschuldigt dich natürlich... Ähm... Ähm... Ja... Ne... Aber... Bei mir der klassische... Was für einer... Das ist ein bisschen... Ja... Übel vorlaut und so... Und... Und... Da sagt man Lacher immer zu ihm... Hey Chincher... Du hältst jetzt seinen Schnauzen... Dann... Hörst deinen Schnauzen... Der Lacher ist eh cool... Unser Englisch Lacher da ist... Okay... Hammer... Oh... Ich hör dich... Aber das Englisch was wir... Ja... Ich hör dich... Abhauen... Aber das Englisch was wir haben... Das ist... Alter... Ich... Ich... Ja... Ich hock da meistens dringend und denk... Ernsthaft? Echt jetzt? Und einfach... Ja... Sie haben keine Englische... Naja... Wenn wir es hätten dann... Ja... Ja... Für dich wär's ja eh... Ja... Easy going... Ja... Ich mein... Nein... Ich bin Vollblutdeutscher... Ne... Eigentlich nicht... Okay... Eigentlich eine total lustige Kombination... Meine Mutter ist ja eigentlich... Ja... Kommt ja eigentlich aus Berlin... Ja... Dein Vater halt aus einer ganz anderen Richtung... Ja... 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 Ist hier? Ne Spaß... Ne... Es ist... Ne... Es ist... Fuck, dann müsste echt jeder Dummheit solche Dummheiten an dich bringen. Guck mal, jetzt schmeichelst du mir aber. Ja, nee. Ja, nee, ist das sowas wie Hanoi? Hanoi ist die Hauptstadt in Vietnam. Ja. Wann nicht? Ja. Echt das? Hanoi, das kann nicht sein. Cool. Wann nicht, das wisst ihr. Das kann nicht sein. Ja. Aber ciao, Hobi. Das töten Menschen. Achso, das ist sowas wie... Ich bin... Es gibt da auch noch eine andere Version davon als mich mit dem Messer. Ja, ich weiß. Gibt es noch ein paar Versionen? Ja, ich kenne nur die eine. Okay. Deine... Deine... Im Boot. Ich glaub... Nee. Kennst du nicht. Im Boot? Nee. Nee. Also ich mein jetzt mit diesem... Ähm, Karl, das... Das tötet Menschen. Achso. Gibt es ja auch eine Verastung davon. Gibt es auf jeden Fall, ähm... In anderen... ...Dialekten. Ja, halt mit anderen. In anderen Dialekten gibt es auf jeden Fall. Okay. Nee, ich mein also jetzt komplett anders. Alter, was hier halt gerade abgeht mit Zombies. Nee, halt komplett andere Inhalte mein ich. Was war? Aber ich weiß nicht. Der ist schon ein bisschen zu... Kann er da nem Netz halten. Oh. Oh. Oh, verkackter Zombie. Alter, du verkackter... Nein. Verkackter Zombie. Du bist so eine Hure. So, weil ich nicht auf ein Schwert wechseln konnte. Ich hasse dich scheiß... Harley, geh zurück in dein Haus. Nein. Mann. Ey, was ist das? Nein. Was ist das? Alibaba oder was? Ich hasse die scheiß Fledermäuse. Ich kann das nicht sagen wie alt. Ich will jetzt endlich ans... Silber Daniel. Kaufpreis ein Gold. Alter. Am Arsch, Junge. Am Arsch. Am Arsch. Ich bin schon am Arsch. Er wäre nett, Junge. Zieh dich. Ich guck mal, was ich hier machen kann. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas wie ein Verzauberstisch? Ähm, weiß ich nicht. So was. Oh, 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 oh. Das, was ich ehrlich gesagt krass finde an Terraria. Zeit vergeht genauso wie in Minecraft. Ja. Guck mal auf die Uhr. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter. Krass. Das ist echt... Das ist eine Mühle, Mann. Ja, das... Du meinst, ja, ja. Du hast ja auch in diesem Raum nicht viel gemacht. Ich mein... Ein bisschen gefahren. Okay, wir machen eh nicht wirklich was zu... Oh, lololol. Gehen wir mal hier ein bisschen rum. Ja, so... Ja, Mann. Oh, oh, hey. Ich will irgendwas krasses finden. Das ist irgendwie mein Anreiz. Irgendwas gut ist. Ja, wir müssen mal hier ein bisschen Leben für dich finden. Oh, ja. Oh, ja. Und dann nicht wieder... Ja, sowas würde ich nicht tun. Ja, ja. Du doch nicht. Ja, ja. Ja, ja, du doch nicht. Das ist gleich Bumerang, Alter, gegen deinen Kopf. In dein Gesicht, Junge. Dein Gesicht. Achtung. Autsch. Autsch. Bledermaus. Oh mein Gott, Bledermaus. Ja, die teilen sich. Ah! Nein! Boah, Junge, in dein Gesicht. Ach, ich hab grad noch ein Ding gefeiter. Ist jetzt auch ein Goldschwert? Nee, ist immer noch Silberschwert. Ich hab das Gold noch gar nicht abgebaut. Ich bin noch Gold dazu gekommen. Ähm. Wo muss ich denn lang? Mal drüben. Ja, Mann. Da kommst du wohl nicht hin. Ne, hier zu mir oder so. Ach so. Ja, doch irgendwann. Du brauchst ganz viel Amethysten. 15, glaub ich, das sind. Oha. Hier. Und ich hab vielleicht vielleicht... Yay, nur noch. Alter. Alter. Echt jetzt? Ich bin jetzt irgendwo voll tief runtergefallen. Ins Wasser. Mit einem Zombie. Wie sich das anhört. Hammer. Ich hab grad voll tief runtergefallen. Ins Wasser. Mit einem Zombie. Das hat sich nicht so angehört wie... Oh, nice. Was? 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 Ich hab jetzt hier. Ähm. 14 Nahkampfschaden. Ja, so. Minus 12% Schaden. Und... Minus 20% Rückstoß. Hammer. Hammerhart. Oh. Oh. Es geht aber ab. Das muss ich sagen. Oh, Jungs. Ich habe Hunger hier. Triss Schwert. Ja, ich sterb gleich wieder. Ja. Oder auch nicht. Vielleicht überlebe ich's noch. Lalalalalalalalalala. Oh, mir fällt grad auf, dass ich alles... Ähm. Ups. Äh. Okay, krass. Nein. Doppel. Nein. Doppel. Ich hasse diese scheiß Fledermausse, eh? Das ist dann so... Doppel. Ah. Einfach nur. Ja, Mann. Doppel, die Viecher. Braucht kein Mensch, auch sind trotzdem nur. Ja. Ja, Junge. Nee. Nee. Nein. Boah. Boah. Junge. Nein, ich sterb. Alter. Alter Matze. Verkaltige deine Tastatur nicht. Was? Hat sich grad echt ein bisschen... Ja, genau. Das muss so. Nee, ich bin klatschen. Nee, ich bin klatschen. Was klatschen, Junge. Ja, genau. Leute, ich schau doch gar nicht vor die Scheiß... Hure. Uah. Sorry. Hat sich für. Aber wenn ich...